Ja, willkommen wieder bei einem neuen Video und wieder ein Film, den ich euch vor die Linse halte und zwar Pain and Gain Ja, mit Mark Wahlberg und Twain Johnson Es handelt auf eine wahre Begebenheit und zwar nur zwei Bodybuilder, die eben halt denken, sie können einen reichen Fuzzi ausnehmen und stellen sich sowas von dermaßen bescheuert an kann man sich gar nicht ausdenken, dass sie das in echt auch so gemacht haben, aber wie gesagt, viele denken immer, sie sind sehr gute Killer und es kommt nie ans Tageslicht Irgendwann kommt alles raus und die waren eben halt selten dämlich und es kam raus Sehr gutes Bild, sehr guter Ton und auch ein sehr guter Film Macht Spaß zu gucken, gucke ich immer wieder mal gern Und ja, das ist ein schönes Ding Wendecover hier, auch mit einer BD, die eigentlich nicht verrotten kann, weil das Cover, es gibt keins, die da drauf ist Ja, das soll es gewesen sein, mehr gibt es dazu nicht zu erzählen Bis dahin und tschüss Bis dahin und tschüss Bis dahin und tschüss Bis dahin und tschüss Bis zum nächsten Mal.